Ganz entspannt, weil wir können eh nichts ändern. Wir freuen uns, dass wir im Viertelfinale sind. Das sind die besten acht in Europa, die gegeneinander spielen werden. Und von daher sind wir froh, dass wir dabei sind und einfach unsere Leistung in Rom heute auch mit einem Sieg gegründet haben. Und ich denke auch verdient im Viertelfinale eingezogen sind.